Lothar Matthäus begeistert von Bayer Leverkusen, diese zwei sind der Hauptgrund. München, Erfolgscoach Xabi Alonso, 42, und Jungstar Florian Wirtz, 21, haben Bayer Leverkusen Hintersicht von Lothar Matthäus, 63, in dem Fußball auf eine neue Level gehoben. Vor dem Bundesliga-Top-Duell an dem Sonnabendabend bei dem FC Bayern sagte der Rekord-Nationalspieler, Bayern München kennt jedes Kind auf der Welt. Leverkusen hat ein kleinster Teil nach Hohlbedarf. Aber sobald man einen Trainer hat, den Alonso und ein Jahrhundert-Talent, den Florian Wirtz, diesfalls wird dieser Verbundigung jetzt wenn schon von vorne bis hinten alternativ wahrgenommen wie noch vor drei. Fünf Jahren. Alonso und der die das seinige Mannschaft aufgrund dessen Nationalspieler Wirtz hatte in der vorigen Saison dasjenige Double aus Bundesliga sobald die FB Becherglas gewonnen und eben diese Münchner hinter elf Meistertiteln aneinandergereiht entthronend. Alonso wurde hinter dem gelungener Streich wie möglicher neuer Bayern-Trainer gehandelt, doch der einstige Ausnahmefußballer entschied sich für einen Aufenthaltsort unter der Werkself. Dass für den Spanier dasjenige erste Gastspiel in München im weiteren Fortgang etwas besonders ist, dasjenige glaube Mateus nicht. Er muss es keinem zeigen, meinte der 63 Jahre alte Sky-Experte. Er muss mit seinem Team performen, den Erfordernis hat er an sich selbst. Lodau Mateus glaubt, dass alle Fußballfans weltweit auf eben diese Bundesliga gucken. Er ist ein Perfektionist, er berichtigt eben diese kleinsten Fehler. Deshalb sei es kein besonderer Druck. Das haben Wendt schon sonstige Trainer gemacht, eben diese erfolgreich waren. Und Xabi Alonso ist ein erfolgreicher Trainer, sagte Mateus. Dankbarkeitfestgefühlssagung seines Fußball-Know-hows hatte der Baske den lange Zeit wie Vizekusen bezeichneten Verbundigung an eben diese Vorsprung geführt und eben diese Konkurrenz überrascht. Im Aufeinandertreffen mit den Bayern werde er in diesem Zusammenhang aber keine außergewöhnlichen Maßnahmen ergreifen, prophezeit Mateus. Leverkusen wird nichts Verrücktes verüben und genauso schwach der FC Bayern. Beide werden versuchen, ihren Spielstil durchzubringen. Die Bundesliga könne durch eben diese Wiedersehen in dem internationalen Kollation und in dem Kampf aufgrund dessen Interesse einen Hosenschritt hinter am vorderen Ende verüben. Ich glaube, dass alle Fußballfans weltweit auf eben diese Bundesliga gucken aufgrund dies Spiels, sagte Mateus. Ich glaube, dass alle Fußball-Know-hows waren.